Es ist Montag, 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Läuft ein Blinder gegen einen Baum. Und sagt, das habe ich kommen sehen. Das war der Montagswitz für die Woche. Wieder Danke an Boris Trinkler. Seine Festspiele sind fast vorbei hier. Beim Montagswitz. Aber noch nicht ganz. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal. Und erzählt die Witze euren Freunden. Heilt sie auf Facebook. Schickt sie via Twitter los. Lasst sie die Welt erobern. Damit wir alle einen besseren Start in die Woche haben. Bis dahin, danke und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.